Was geht ich bin's wieder auf dem black squad heute habe ich ein kleines special video für sie es go für euch am start wundert euch nicht ich habe noch im hintergrund mein fenster offen also wenn man es hört es waren ein paar autos vorbei und heute habe ich ein kleines special und zwar diese seite hier und zwar geht es hier um preis vor games cs go skins und zwar hier kann man sich einfach anmelden ich poste euch den link in die beschreibung hier kann man sich anmelden kostenlos und man kann hier bei get coins mit machen man glück drückt hier einfach drauf und dann erscheint da unten so eine 120 sekunden ding ich würde sind ziemlich zeigen ich weiß nicht ob das copyright oder so dabei ist und dann entscheidet für dann erscheint hier für 120 sekunden schauen da bekommt man dann drei coins die coins werden hier angezeigt ich habe jetzt hier schon beim gv weil ich will mir die hyperbeast holen wo ist die hyperbeast hier ist die hyperbeast ich hatte vorher 8.121 coins und die habe ich jetzt gerade vor zwei drei minuten gespendet und vorher war es also man hat schon eine relativ große chance zu gewinnen gewinnen gewonnen selber habe ich jetzt noch nicht ich bin noch nicht lange auf der zeit aber der hat mich relativ gut überzeugt gewinnen gewonnen haben schon relativ viele leute es gibt auch manchmal auch in life hier genau ja gut so krasse sachen sind auch nicht dabei weil die müssen ja auch ein bisschen geld damit verdient okay das ist schon ein krasse 460 euro oder die hier eine case h net 35 euro ist auch krass auf jeden fall würde ich sagen schauen auf der seite vorbei gibt es auch ein paar special gv ways ja ja gut hier kann man auch die leute kontaktieren und dann würde ich sagen jetzt fährt gerade motorrad vorbei sorry leute oh scheiße was war das für eine maschine auf jeden fall würde ich sagen würde mich freuen wenn ihr auf der seite vorbeischaut und euch da anmeldet und ja also ich finde es macht ziemlich spaß ja hier könnt ihr auch mal auf die facebook seite von den leuten gucken ja ich habe die auf jeden fall schon mal geliked und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ciao